Einen wunderschönen guten Abend zu Viertel nach acht, der Talkshow die Schlagzeilen macht. Und das nicht nur in der Form hier, sondern immer wieder landen wir große Viral-Hits. Also warten Sie ab, was heute passiert. Denn heute ist dabei unter anderem Philipp Amthor, CDU-Außenpolitiker, auch bekannt dafür, bei Instagram mal durchzudrehen. Bei mir ebenfalls von der Bundespolizei-Gewerkschaft Heiko Teggertz. Und natürlich an meiner Seite Nena Ching, Bestseller-Autorin und Bild-Kollegin und Bela Ander, ehemaliger Regierungssprecher und Kommunikationsprofi. Ich möchte sprechen über ein Thema, was mich wütend gemacht hat tatsächlich, als ich heute gesehen habe, wo die Preise wieder sind an der Zapfsäule. Ich glaube, das kann niemand mehr bezahlen. Nicht nur das Benzin, sondern auch Gas. Es droht ein kalter Winter und für viele Menschen, die sich dann Heizen nicht mehr leisten können. Und ich finde, unsere Politik tut viel zu wenig gerade, um insbesondere betroffenen Menschen zu helfen. Etwas zu tun für diejenigen, die nicht genug Geld haben, die nicht genug haben, um noch Auto zu fahren, zu pendeln, um zu heizen am Ende. Frankreich hat da ganz anders gehandelt. Da gab es einen Inflationsausgleich in Höhe von 100 Euro für diejenigen, die weniger als 2000 Euro netto im Monat verdienen. Ich finde, das brauchen wir auch in Deutschland. Und wir können nicht länger Ausreden ertragen von Politikern, die uns sagen, naja, wir verhandeln jetzt, ja, Koalitionsverhandlungen, wartet mal bis zum nächsten Jahr. Nein, wir brauchen jetzt Hilfe. Ja, Paul, absolut deiner Meinung. Das geht so nicht mehr weiter. Viele Menschen sind in Deutschland angewiesen aufs Auto. Der Umstieg auf die Öffis, wie es so schön heißt, auf die öffentlichen Verkehrsmittel, ist zwar da. Aber in vielen, gerade ländlichen Gebieten, da kommt der Bus, da wo ich wohne, in Bayern zum Beispiel einmal in einer Stunde. Und da ist Pech, wenn ihr den verpasst. Und viele Leute pendeln 30 bis 40 Kilometer eine Strecke zur Arbeit, brauchen das Auto auch. Und da muss was passieren. Und da haben wir ja gerade ein paar gesehen. Du hast gestern einen interessanten Talk dazu gehabt. Und da habe ich schon gedacht, mein Lieber, Schwan, Jürgen Trittin, Mitglied der Grünen, entsprechend. Du kennst ihn ja noch gut in seiner Form als Umweltminister. Und ich weiß natürlich, dass der viel durchsetzen kann. Aber der hat einen Vorschlag gemacht bei dir und gesagt, naja, wir müssen sehen, dass wir denjenigen, die besonders belastet sind, das Geld dann eben zurückgeben über das Bürgergeld oder wie auch immer. Aber hat gesagt, eben nicht eine pauschale Entlastung der Menschen. Und das ist der falsche Weg. Aber wir haben vor allen Dingen gerade jemanden, und gestern bei dir auch jemanden gesehen, der Verantwortung trägt. Und so geht es ja nicht, dass die immer noch ab morgen im Geschäftsführer der Regierung sagt, ja, das muss aber die Ampel anders machen, nachdem die Spritpreise seit Anfang des Jahres immer weiter nach oben gehen. Also auch Herr Scheuer ist als Verkehrsminister schon seit langem in der Pflicht, hier für einen Ausgleich zu sorgen und Entlastung herbeizuführen. Und einfach nur zu sagen, Freunde, da muss was passieren, geht so nicht. Philipp Amthor, warum tut Ihre Partei einfach nichts und schreibt dann Briefe oder die gemeinsame Fraktion Briefe an den Vizekanzler? Und Ihre Kanzlerin hat sich da in Brüssel sehr zurückgehalten. Also warum helfen Sie nicht den Autofahrern jetzt? Na, ist ja erstmal ein objektives Problem, gerade für den ländlichen Raum. So wie es für Bayern beschrieben ist, gilt es in meinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern ganz genauso. Und nochmal verschärft, gerade in den Regionen, wo geringe Löhne verteilt sind, sehen wir auch, dass der Spritpreis enorm hart zuschlägt. Deswegen braucht es einen sozialen Ausgleich. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Spielräume der jetzt geschäftsführenden Regierung sind natürlich ein ganzes Stück weit beschränkt. Also wir werden morgen den Bundestag konstituieren, erste Sitzung in der neuen Wahlperiode. Gesetze bekommt man da jetzt nicht mehr aufgegleist, das muss die Ampel machen. Aber wenn man so die ganzen grünen Politiker hört, habe ich im Moment den Eindruck, da sagt mancher, naja, ist doch nicht schlimm, wenn der Spritpreis jetzt so hoch steigt. Anton Hofreiter hat ja mal noch höhere Zahlen aufgerufen. Und man hat den Eindruck, denen ist das nur ganz recht, um den vermeintlichen Bewegungsdruck zu erzeugen auf öffentlichen Nahverkehr, den es gar nicht gibt in ländlichen Regionen. Aber warum haben Sie nichts was getan in den letzten vier Jahren, Herr Amthor? Also ich meine, Sie waren jetzt so lange an der Regierung, nicht Sie alleine, aber Ihre Parteikollegen. Also Sie hätten ja längst zum Beispiel bei der Pendlerpauschale was tun können. Ja, also die Pendlerpauschale, will ich mal sagen, darüber haben wir ja stark gestritten jetzt in diesem Wahlkampf. Wir wollen die beibehalten. Aber hätten Sie ja schon machen können. Ja, und das Problem ist aber natürlich, wir haben jetzt diesen starken Spritpreisanstieg, der ist jetzt erstmal ein Effekt der letzten Wochen und Monate. Aber es war klar, dass das kommt und viele wollten mit dem Klimaschutzgesetz genau das bewirken. Und ich finde, das ist an vielen Stellen auch echt ungerecht. Und wir müssen hier aus meiner Sicht nicht über so eine Pauschalentlastung reden, sondern eher schauen, wie man da auch die geringen Einkommen entlastet, weil die trifft es jetzt besonders hart. Ich sehe das in meinem Wahlkreis, Leute, die irgendwo dann unter 10 Euro Mindestlohn bekommen, für die ist das der blanke Horror, wenn man jetzt hier Spritpreise in der Höhe hat. Herr Amthor, das ist immer richtig und die sind natürlich besonders belastet und denen muss besonders geholfen werden, denen soll aber besonders geholfen werden. Und gerade die Leute, für die Sie ja eigentlich stehen, die Mitte, die ist doch noch mehr betroffen davon, weil die sind jajenigen, die irgendwie versuchen, das alles hinzukriegen, wo zwei Leute arbeiten auch und auch arbeiten müssen, damit da ein gewisser Wohlstand auch gehalten werden kann. Die sind genauso angewiesen darauf und die brauchen natürlich auch einen entsprechenden Ausgleich. Ohne das geht es da nicht. Und die werden wir immer vergessen. Und da heißt es immer, helft den Bedürftigen. Denen wird ja auch geholfen, aber der Mitte, die wird überhaupt komplett vergessen. Das stört mich komplett. Und das wird man mit einer Pendlerpauschale natürlich hinkriegen oder auch mit einer Absäckung der Mineralölsteuer. Wobei, vergessen wir eins nicht, Mineralölsteuer ist da vielleicht der treffendere Punkt. Die Pendlerpauschale hat nämlich einen, die ist wichtig, die wollen wir auch sozusagen in der Konstruktion jetzt auch auf die aktuelle Situation anpassen, war für uns wichtig. Aber das betrifft natürlich an vielen Stellen nur diejenigen, die wirklich substanziell Steuern zahlen. Wir haben bei uns Leute, und da rede ich jetzt nicht von Sozialleistungsempfängern, sondern von vielen, die in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten und sehr, sehr wenig Steuern zahlen, die von der kalten Progression besonders hart getroffen sind. Da hilft die Entlastung über die Pendlerpauschale weniger. Und denen geht es nicht nur darum, am Jahresende von der Steuer was zurückzubekommen, sondern da muss man über solche Modelle, finde ich, nachdenken, auch Tankruckscheine, da muss man drüber reden. Herr Teggertz, was sagen die Polizisten? Was sagen die Polizisten? Jetzt spricht ja erstmal der Heiko Teggertz, der sagt, die hohen Mietpreise in den Städten treiben die Menschen raus aufs Land. Die Infrastruktur ist in der Regel schlecht auf dem Land. Also auch da, wo ich wohne, fährt, wie gesagt, vielleicht alle Stunde mal ein Bus zum nächsten Fernbahnhof. Wenn ich mir dann aber auch die Pendelei nicht mehr leisten kann irgendwann, weil die Spritpreise so immens hoch steigen, dann lohnt es sich schon fast nicht mehr, zum Arbeiten zu pendeln. Sondern dann bleibt man besser zu Hause und nimmt sich die Leistung, die der Staat einbietet, wenn man mal hochrechnet, was man im Monat an Benzin spart. Also Sie meinen, dass das am Ende dazu führt, dass mehr Leute in Hartz IV gehen? Ja, selbstverständlich. Interessante Perspektive, Nena. Ja, ich bin komplett gegen Spritgutscheine, Paul. Ich finde, das ist auch wieder etwas konträr zu meinem Prinzip der Freiheit aus einem Grund. Es ist ja eine absolute Mehr, dass etwas umsonst ist. Also ich hasse das jedes Mal, wenn der Staat sich hinstellt und Geschenke verteilt. Das sind keine Geschenke, das haben wir Steuerzahler bezahlt. Das heißt, wenn dann die Steuerzahler einen Tankgutschein kriegen, frage ich mich warum. Warum werden die Steuern nicht einfach gesenkt? Das ist doch so ein bisschen so, warum soll der Staat der Fürsorgemensch sein, der dann sagt, lieber Paul, ich schenke dir die Tankgutscheine und du musst sagen, danke, danke. Lieber Steuern runter. Im französischen Modell würde ich es wahrscheinlich nicht bekommen, weil ich nicht weniger als 2000 Netto verdiene. Kann ich enthüllen. Okay, das ist gut, dass du es jetzt enthüllst, aber ich sage trotzdem, auch wer unter 2000 Euro Netto hat, dann soll man dadurch auch die Steuern runterziehen. Also ich halte einfach nichts von diesen Geschenken, sondern lieber, dass man weniger Steuern zahlt und der Mensch sich dann selbst überlegen darf, wofür er sein Geld ausgibt. Ich bin total gegen diese Mehr von etwas ist umsonst. Und übrigens auch Menschen, die weniger als 2000 Euro Netto verdienen. Zum Beispiel sagen wir mal, man verdient zwei Neuen brutto, dann hat man irgendwie 1900 Netto. Die zahlen ja auch Steuern. Deswegen ist es für mich eine absolute Mehr. Ich beginne mich zu wiederholen. Bei den Steuern ist doch das Problem, dass am Ende, dass dann diejenigen nutzen, die wieder was auf den Preis draufschlagen wollen. Das heißt, wenn die Steuer gesenkt wird, dann gibt es in vielen Fällen immer wieder das Beispiel, okay, dann können wir jetzt ja mehr Gewinn abschröpfen. Das heißt, der Automatismus, dass das sozusagen für den Verbraucher abfällt, ist ja nicht vorhanden. Und das Thema Steuern darf man nicht vergessen. Das kommt bei den meisten im Portemonnaie halt zu spät an, bei denen, für die das wirklich relevant ist. Also ich bin da ordnungspolitisch komplett bei dir. Ich finde auch so der Staat, der irgendwie Steuerzahlergeld als Geschenke verteilt ist, nicht meine Wunschvorstellung. Aber das Grundproblem ist halt ganz einfach. Und das ist das, was in der Diskussion halt oft flach fällt. Leute, die dann am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig haben und die sich dann konkret fragen, wie soll ich jetzt noch den Einkauf bezahlen? Und da reden wir nicht von Sozialleistungsempfängern, sondern von Leuten, die ganz normal 40 Stunden in der Woche arbeiten. Und für die ist es aus meiner Sicht eben eher ganz wichtig. Denen kann man nicht helfen, nur mit dem Thema, da kriegst du am Jahresende bei der Steuererklärung was zurück. Das ist für die wenig erfolgsversprechend. Und deswegen müssen wir da schauen, wie man eine pragmatische Lösung findet. Aber deine Skepsis teile ich grundsätzlich. Ich finde aber auch für 2.000 Euro netto, ich finde, wir haben da eine gewisse Arroganz gerade. 2.000 Euro netto ist nicht so wenig. Also es ist natürlich, also zum Beispiel, wenn man nach dem Uniabschluss einsteigt, steigen viele bei 2.000 Euro netto ein. Oder weniger. Bei 3.3 brutto oder weniger. Genau, aber 2.000 Euro netto. Es gibt ja auch noch Menschen, die noch viel weniger haben. Ich finde die Grenze auch großzügiger als enger. Weil das ist das, das muss man immer sehen. Es gibt viele, die noch viel weniger leben, die gerne 2.000 Euro netto hätten. Das ist natürlich ein Thema und über die muss man mehr reden. Ja. Oder wie du gesagt hast, einfach die Benzinsteuer senken. Ja, wir nehmen über 40 Milliarden pro Jahr ein mit der Benzinsteuer pro Liter mindestens 65 Cent. Also der Staat hätte schon da eine entsprechende Möglichkeit. Und ich sage es nochmal gerne, da ist auch die jetzige Regierung, die kann sich nicht einfach... Warum machen die nichts, Bela? Weil es einfacher ist, sich da hinzusetzen und zu sagen, die Regierung müsste, aber ich fordere von Ampel folgendes. Die sind geschäftsführend im Amt. Diese Entwicklung ist nicht erst seit gestern so, sondern schon seit einigen Monaten. Warum will die Kanzlerin das nicht? Die Bundeskanzlerin weiß, dass man jetzt in diesen 6 Wochen keine Gesetze mehr durchs Parlament bekommt. Da kriegen wir jetzt den Steuersatz im Zweifel auch nicht mehr geändert. Das gehört zur Wahrheit. Und da muss man sagen, die Senkung der Mineralölsteuer wäre ein Thema. Die Grünen wollen aber genau das Gegenteil. Die wollen ja, dass die Steuern steigen, damit die Leute möglichst kein Auto fahren, weil sie Autofahren blöd finden und eine Lenkung zu finden. Das könnte ich auch für den nächsten Wahlkampf, aber ich muss mal sagen, das ist ein Versagen, auch in Ihrer Partei da nicht gehandelt zu haben in den letzten Monaten. Halten wir fest.